Was genau ist eigentlich Chlorophyll und warum ist es so wichtig für deine Gesundheit? Wie kommst du an hochwertiges Chlorophyll und wie kannst du Chlorophyll ganz einfach in deine tägliche Ernährung integrieren? Das alles erfährst du heute im Interview von den Krankenhäusern. Ja, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Interview. Thema Chlorophyll, die grüne Geheimformel für deine Gesundheit. Heute mit Fabian Pahlbüchel. Schön, dass du mit dabei bist und ganz herzlich willkommen. Ja, vielen Dank Andreas für die Einladung und ich freue mich auf unser Interview. Ich freue mich auch. Ja, Chlorophyll ist ein sehr spannendes Thema. Wir haben es gerade schon im Intro gehört. Also wir wollen ein bisschen beleuchten, warum es wichtig ist, wo wir es herbekommen. Da gibt es ja verschiedene Quellen, da muss man wirklich auf einige Sachen drauf achten, denn es gibt auch wirklich Quellen, die weniger gut sind, sag ich mal. Aber es gibt im Gegensatz natürlich auch sehr hochwertige Quellen und ja, du kennst dich sehr gut aus mit Chlorophyll, denn du bist Fachberater für holistische Gesundheit und hast mir gesagt, ja, schon seit deiner Jugend beschäftigst du dich quasi mit diesen Themen Steigerungen, Lebenskraft, Leistungskraft und das halt, ja, durch die Natur letztlich, ja. Und du hast eine Firma auch gegründet, genau mit diesem Wissen dann auch, die Firma Lebenskraft pur und da geht es natürlich auch schwerpunktmäßig um Chlorophyll. Deshalb kennst du dich auch so gut mit dem Thema aus. Und die erste Frage an dich wäre jetzt, was genau ist denn eigentlich Chlorophyll und wieso bezeichnest du es als die grüne Lebenskraft? Ja, erstmal vielen Dank für die begrüßenden Worte, also ehrt mich sehr, vielen Dank. Und genau, ja, also wir, Lebenskraft pur ist, ist meine Firma und wir machen neben Chlorophyll auch noch Nahrungsergänzung, würde ich noch kurz ergänzen. Genau, und ja, Chlorophyll ist letztlich so das, es ist ein altgriechisches Wort, oder ein altgriechisches Wort und steht für hellgrün und frisch. Das ist eigentlich so die direkte Übersetzung. Ja, das ist die direkte Übersetzung im Prinzip. Und es ist im Prinzip das Blattgrün, ne, also es ist das, ja, der grüne Farbstoff, eine Klasse von Farbstoffen eigentlich. Ähm, und, ähm, Organismen stellen diese her durch Photosynthese. Also alle Organismen, die Photosynthese betreiben, stellen Chlorophyll her. Das ist letztlich das Resultat aus Photosynthese. Und Photosynthese ist ja letztlich wiederum die Umwandlung von Sonnenenergie, ne, also das ist ja auch so ein spannender Fakt eigentlich, den ich, äh, ja, das finde ich unglaublich spannend, weil... So Chlorophyll, das grüne Sonnenlicht schon. Genau, richtig, ja, oder das grüne Pflanzenblut, das ist auch noch so ein Insiderbegriff. Irgendwie davon. Ähm, und das Ganze passiert durch Lichtabsorption im Prinzip, ne, also du wandelst, es ist eigentlich wie so eine Solarzelle, kannst du dir vorstellen, ne, also die Blätter, die wandeln eben die Sonnenenergie, die strahlt drauf und dann wandeln die es durch Photosynthese zu Chlorophyll um. Also da ist da quasi gespeicherte Sonnenenergie da drin eigentlich, ne. Das ist so, so ganz interessant finde ich das eigentlich an dem Chlorophyll. Äh, und du kannst auch sagen, umso grüner eine Pflanze ist oder ein Blatt, umso mehr Chlorophyll enthält es. Also umso intensiver und tiefgrün, so richtig dunkelgrün das ist, umso mehr Chlorophyll ist enthalten. Das geht ja teilweise ein bisschen zu rot rein, ne, also... Ja, das wird richtig, richtig dunkelintensiv grün, also du kannst es manchmal sogar, ähm, also ich hab hier jetzt grad hier meinen grünen Saft stehen, ähm, das ist wirklich tiefdunkelgrün, du kannst es bei schlechten Licht sogar gar nicht mal von schwarz unterscheiden. Das ist richtig intensiv, je nach Chlorophyll gehalten. Ja, was ist Chlorophyll? Chlorophyll ist, ähm, auch nur ein Gelatbild, ne, aber dazu später vielleicht nochmal mehr, das ist auch eine sehr, sehr spannende Sache. Ja, und was ich halt besonders spannend finde, äh, ist eben, äh, das Chlorophyll, man nennt es ja auch, wie grad eben schon gesagt, das grüne Pflanzenblut, ähm, und das kommt nicht von ungefähr, sondern es ist tatsächlich so, es ist, ähm, auf unserem, dem menschlichen Blut, in dem Sinne von der chemischen Struktur her, äh, es ist fast identisch. Also, es ist, außer dass das Zentralion, ne, was du quasi in der chemischen Struktur hast, das ist beim Chlorophyll ein Magnesiummolekül, und bei dem Blut ist es ein Eisenmolekül in der Mitte. Aber ansonsten, die ganzen Ärmchen außenrum in der, in der chemischen Struktur sind alle komplett identisch. Und deswegen spricht man auch vom, äh, vom grünen Pflanzenblut, weil es letztlich das gleiche ist wie bei uns, nur eben ein Zentralion ist anders. Aber ansonsten ist es genau, die Chlorophyll zu uns nehmen, ist das wie so eine Bluttransfusion, weil, der Körper hat eigentlich ganz wenig nur Tumus, er muss nur diesen einen Baustellen austauschen, und schon ist es der, äh, rote, ähm, ja. Genau. Ja, genau, das ist Hemoglobin, genau, dieser, äh, rote, äh, Blutfarbstoff, den wir quasi in unseren Adern halt haben, ne. Genau. Ja, äh, jetzt natürlich die Frage, jetzt wissen wir, Chlorophyll ist okay, es ist, es ist interessant, es ist, äh, beim Blut sehr, sehr ähnlich. Ja. Jetzt haben wir es ein bisschen schon vorweggenommen, also es ist unser Blut sehr ähnlich, aber ich frage es trotzdem mal, wieso brauchen wir Chlorophyll? Weil, äh, wenn ich jetzt mal auf die Ernährung drauf gucke, auf so empfohlene Speisepläne und so, da sehe ich Chlorophyll eigentlich sehr, sehr wenig. Also vielleicht mal so, äh, maximal, wenn ich jetzt mal vom Durchschnitt aus gehe, vom Durchschnittsburger maximal so als Beilagensalat, da traut das vielleicht mal noch auf. Ja, aber sonst ist Chlorophyll in unserer Ernährung, äh, eigentlich nur noch sehr wenig drin, also in Pommes ist es nicht drin, in Burgern ist es nicht drin, ja, also in Pommes ist es nicht drin, ja, äh, Kartoffeln ist es nicht drin, ja, jetzt kommst du daher und sagst, Chlorophyll ist total wichtig, ja, äh, also warum brauchen wir es? Ja, ja, absolut, das ist leider, leider, äh, häufig, ähm, äh, ein großer Mangel, ähm, das ist, ähm, ja, leider ein bisschen brauche ich, aber, ähm. Also der große Vorteil von Chlorophyll, oder, ja, wieso brauche ich das Chlorophyll? Also ich hatte es ja gerade eben schon angesprochen, Chlorophyll ist ein Gelatbildner. Ein Gelatbildner ist, ähm, im Prinzip ein, 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 eine Verbindung, die eben unliebsame Substanzen, wie beispielsweise Quecksilber, Blei, Pestizide und alles, was man eben nicht in seinem System hat, haben will, an sich bindet und über den Darm ausleitet. Ah. Und dann spricht man von dem Gelatbildner und, ähm, das ist ganz massiv bei Chlorophyll der Falle. Äh, es gibt sogar auch, ähm, also es gibt auch, das ganze Gelat-Thema ist auch sehr, sehr interessant, es gibt Gelat-Therapie, da kannst du sogar, also es ist auch schulmedizinisch, ähm, in Anwendung bei extremen Fällen, ähm, da kannst du, so, da werden bestimmte Stoffe per Infusion ins System gegeben, die binden dann eben diese ganzen unliebsamen Stoffe an sich und scheiden sie aus. Und Chlorophyll macht das aber eben auch, wir müssen es halt nicht zum Arzt dann, der da eine Infusion legen lassen, und, ne, sondern, das ist deutlich sanfter, ne, wenn du es einfach so zu dir nimmst, über die Nahrung, weiß ich. Das ist quasi ein Reinigungsmittel für meinen, für meinen Körper. Ja, ganz genau, ganz genau, ja. Und, ähm, der zweite große Punkt Baumglofen einfach so wertvoll ist, ist eben, wie schon, wir hatten es ja gerade schon angedeutet, diese Blutgeschichte, ne, ähm, dadurch, dass es eben quasi wie das, ähnlich wie das Blut auch, äh, ist, ne, ähm, ist es einfach, es ist säubertes Blut. Es säubertes Blut, es macht eine sehr, sehr hochwertige, äh, Blutqualität, und, ähm, Untersuchungen haben auch einfach gezeigt, dass, ähm, Chlorophyll auch den, äh, den Anteil am roten Blutkörperchen im Knochenmark erübt. Also, wir, wir, wir erzeugen Blut, natürlich, wir bringen es sauber, wir bringen es in eine sehr gute Qualität, und, äh, man sagt ja auch, ähm, je gesünder unser Blut, je gesünder auch der Mensch. Also, das ist ein zentrales Element, und ist ja auch nicht, ist ja auch logisch, ne, wenn ich, wenn ich jetzt überlege, Blut, was ist jetzt Blut eigentlich, wo ist Blut? Blut ist überall, also ich habe meine Arterien, ich habe meine Kapillaren, überall, alles, das ganze System ist durchblutet, ähm, Blut ist, ein zentrales Element, und dadurch kann ich es eben, kann ich was Gutes dafür tun. Ja, und so Zellen brauchen ja letztlich das Blut dann auch. Genau, genau. Auch ein interessanter Fakt ist zum Beispiel, äh, 1936 hat Doktor, muss ich kurz gucken, wie der heißt, in meinen Notizen, Patek, Doktor Patek hieß der gute Mann, der hat festgestellt, dass, ähm, auch beispielsweise ein Eisenmangel, was ja beispielsweise auch bei Frauen oftmals der Fall ist, ähm, äh, dass, dass, dass der durch Chlorophyll und Eisenpräparate, also wenn ich einen Eisenmangel habe, der wird festgestellt, nämlich Eisenpräparate zu mir, ne, um den irgendwie auszugleichen. So, jetzt kann ich Eisenpräparate zu mir nehmen, und ich kann aber auch noch gleichzeitig ja auch noch Chlorophyll dazu nehmen, zu den Eisenpräparaten, und der Doktor Patek hat festgestellt, dass, wenn ich, äh, äh, zu den Eisenpräparaten noch Chlorophyll dazu nehme, dass die Resorption von dem Eisenpräparate deutlich ansteigt, und dass ich einfach meinen Eisenmangel viel, viel schneller, äh, ausgleichen kann, als wenn ich nur das Eisenpräparat nehme. Ja. Ja, also das ist auch sehr, sehr interessant, ähm, diese, äh, diese Synergieeffekte, die durch Chlorophyll auftreten, mit anderen Substanzen wiederum, anderen Stoffen. Ja. Also das verstärkt andere Substanzen in ihrer Wirkung, und das ist jetzt nur mit dem Eisen, ne, also, es gibt ja da noch richtig unerforschte, sehr riesen Gebiet, was, was auch noch sehr unerforscht ist, also es gibt schon einiges, aber es könnte noch viel mehr sein. Ja, es ist ja immer so, ich meine, da, wo sich kein Geld mehr verdienen lässt, wird halt nicht geforscht, und da, wo mal Patente draufsetzen, da wird massiv Geld reingesteckt. Genau. Mit unserem System, leider, muss ich dazu sagen, ja. Absolut. Es ist schön, dass wir ein bisschen Aufgelangsarbeit auch leisten. Ja. Und das ist natürlich die Frage, jetzt haben wir so ein bisschen mal beleuchtet, wofür Chlorophyll gut ist, wofür wir es auch für uns, auch für die Gesundheit brauchen. Jetzt noch ein bisschen den nächsten Schritt. Jetzt haben wir darüber gesprochen, warum es gut ist, aber wo kriegen wir es denn jetzt her? Also, was sind denn gute Chlorophyll? Also, Blätter haben wir jetzt schon rausgehört. Genau. Gehen wir jetzt alle nach draußen und pflücken die Blätter? Oder wie machen wir das? Also, es gibt natürlich Menschen, die gehen gerne raus und setzen sich gerne mit der Natur auseinander. Machen wir selber auch. Stichwort Bildpflanzen. Auf der einen Seite, auch Menschen, die sagen, hört mal Leute, ich bin hier im Business, ich habe da keine Zeit für. Nimm uns da ein bisschen mit rein. Also, was sind gute Chlorophyll? Ja, also absolut, du musst jetzt nicht deinen Garten leer pflücken, also es gibt viele Wege. Also, zum einen, du hast den ersten schon gesagt, den ich persönlich auch am besten finde oder mit am besten finde, das sind einfach die Wildpflanzen. Die Wildkräuter, das ist unfassbar, da sind auch die Mengen unfassbar hoch. Brennnessel, Löwenzahn, Labkraut, wie sie alle heißen, diese ganzen Wildpflanzen sind unfassbar von ihrem ganzen Metallstoffgehalt, nicht nur Chlorophyll, sondern auch die ganzen anderen Metallstoffe. Das sind die, das sind die definitiv Führer. Was man natürlich auch machen kann, wenn es zeitlich, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen schwieriger ist, dann kauft man im Supermarkt beispielsweise einen Spinat, Mangold, einen Felssalat und kann sich darum wiederum entweder einen grünen Smoothie machen, da bist du ja da absolut Experte drin, oder eben du machst vielleicht auch einen grünen Saft draus. Das ist nochmal die zweite Alternative, die es da auch gibt. Dann gibt es ja noch Sprossen, du kannst ja mit Sprossen unfassbare Ergebnisse erzielen. Alphalfas, Sprossen, Grässe, was es nicht alles an Grüngraut gibt, in dem Sinne so diese Microgreens, das ist ja da so das Stichwort. Blattpulver gibt es auch, Moringa beispielsweise. Mein Liebstes sind einfach die Gräser, muss ich dazu sagen, das ist natürlich die nächste Kategorie. Also du kannst ja Weizengras, Gerstengras, Urweizengras, dieser Corrosana-Urweizen, der nicht verzichtet ist, da kannst du ja auch das Gras draus ziehen und dann quasi abschneiden und in den Entsafter geben. Also Gräser würde ich auch hauptsächlich entsaften, also vor allem die frischen Gräser, die würde ich hauptsächlich entsaften, weil sie so ballaststoffreich sind. Also im guten Mixer geht es auch mit einem kleinen Anteil, aber im Entsafter ist es eine tolle Stufe besser, in meinen Augen. Und dann hast du auch die ganzen Mikroalgen, Spirulina, Chlorella, die ja auch einen extrem hohen Anteil an Chlorophyll haben. Also das ist so diese große Kategorie an Rohstoffen und du kannst quasi einen Smoothie, Säfte draus machen oder eben einen Salat direkt essen. Das geht natürlich auch, aber ich bin mittlerweile ein Freund davon, dass ich mir eben das Ganze ein bisschen selber verarbeite in Form von Smoothies oder Säften, weil du kriegst halt einfach viel mehr auch rein in dein System. Okay, jetzt bist du ja von deiner Geschichte her und auch von deinem täglichen Tun jetzt Spezialist für die Säfte. Also wer jetzt mehr über grüne Smoothies erfahren möchte, der möchte auf meine Webseite gucken, aber du weißt, dass das dein Spezialgebiet die grünen Säfte sind. Vielleicht kannst du zwei, drei Sätzen so ganz kurz den Unterschied sagen. Was ist denn aus deiner Sicht so der Unterschied grüner Smoothie, grüner Sack? Ja, jetzt gibt es ja viele, die sagen, boah, das eine ist gut, das andere ist schlecht, genau andersrum. Also ich finde eigentlich beides toll, aber wie siehst du das? Absolut, ich bin voll bei dir. Jeder hat seine Berechtigung und zwar liegt es in dem begründet, also weder das eine noch das andere ist besser, sondern das eine kann das gut und das andere kann das gut. Der Smoothie hat beispielsweise dadurch, dass das komplette Lebensmittel verarbeitet wird, habe ich halt auch noch einen Haufen Ballaststoffe dabei. Und Ballaststoffe, wissen wir alle, ist für die Verdauung extrem wichtig. Also wir brauchen die Ballaststoffe auf jeden Fall, deswegen ist ein Smoothie auch wunderbar, also es gibt nichts gegen den Smoothie zu sagen, sprich die Ballaststoffversorgung muss auch gegeben sein. Der Saft hingegen hat den Vorteil, dass ich quasi Nährstoffessenzen mir ziehen kann. Du musst dir das ja vorstellen, wenn du einen Saft machst, dann gibst du ja oben quasi das Lebensmittel rein, das Gras beispielsweise, hinten kommt dann der Dress da raus, also quasi der reine Ballaststoff, also das, was ausgequetscht wird im Safter, kommt dann hinten raus. Das ist dann nur noch Ballaststoff, da sind dann keine Vitalstoffe mehr drin, weil die sind alle dann unten im Saft drin. Und das sind reine Vitalstoffessenzen, ich sage auch ganz gerne mal die Seele der Pflanze dazu, weil das ist es letztlich, ja, da ist die Essenz der Pflanze drin. Und das macht das so unfassbar wertvoll, weil du kannst mit kleinen Mengen, ja, also so eine Handvoll Gras kommt ja nur so ein ganz, ganz minimaler Anteil Saft raus, und du kannst halt in kleinen Mengen, unfassbar große Mengen an Vitalstoffen hinzuführen. Und das Vitalstoffthema ist einfach, also da sind Chlorophyll natürlich auch dazu, hat man ja auch eingangs erwähnt, dass das eben auf dem täglichen Speiseplan da wenig draufsteht, ist ein Thema. Also dadurch, dass die Schere immer weiter auseinander geht, ja, wir haben immer höhere Belastungen in Form von Stress, schlechte Ernährung, ja, also die Anforderungen an unseren Körper werden immer größer. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch nachweisbar immer weniger in den Lebensmitteln drin an Vitalstoffen. Und das ist belegbar, also über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte ist es deutlich gesunken. Also das heißt, die Schere wird immer größer. Deswegen bin ich mittlerweile ein Fan davon und sage, hey, wir müssen einfach Vitalstoffe zuführen. Und das ist eine super Möglichkeit über Säfte. Also du kannst da halt, ja, große Mengen zuführen, unkompliziert. Ja, ich bin persönlich auch ein großer Fan von grünen Säften, muss ich sagen. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil, du kannst halt mit Säften auch ganz toll fasten, sag ich mal. Ja, wunderbar, wunderbar. Es geht sogar noch besser als mit Smoothies. Ja, weil du eben bei den Smoothies die Verdauung eben nicht ausschaltest. Genau, richtig. Aber wenn ich Säfte zu mir nehme, dann brauche ich nicht mehr verdauen. Der Nacht ist dann wirklich Pause. Das heißt, das ist also auch noch ein Punkt, wo ich da unterschiziere. Gut, also haben wir das mal drüber gesprochen. Das ist eine Frage, die durch meine Vorgeschichte, grünen Smoothies, auf jeden Fall hier kommen muss. Grüne Säfte, was ist ein grüner Saft? Was macht den aus? Und ich kann es auch ein bisschen sagen, wie man das Ganze daraus selber dann herstellt. Du hast ja schon ein bisschen gerade darüber gesprochen. Auch die Zutaten, das sind so die ganzen Themen, die jetzt sicherlich auch für unsere Zuschauer sehr interessant sind. Ja, also was ein grüner Saft ist, haben wir jetzt ja gerade besprochen. Wie stelle ich es her? Also du kannst es halt zum einen dann entweder, kaufst du dir die Rohstoffe halt im Supermarkt oder im Wald, holst du dir die Milchkräuter. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann brauchst du einen Safter dazu. Oder du baust dir die Rohstoffe selber an. Das funktioniert auch. Das ist eine Erfahrung im Werden. Das macht auch total Spaß. Also ich mache das unglaublich gerne mit Gräsern. Da gehst du dann in deinen Bioladen. Also würde ich auch wirklich auf Bio-Sagen drauf achten. Das ist konventioneller. Das ist meistens eh nicht mehr keimfähig. Da kaufst du dir zum Beispiel ein Kilogramm Gerste und dann kannst du dir in ein Keimglas, es gibt ja diese Keimgläser, kann man die ansetzen und bringe die erstmal so zum Ankeimen. Und dann habe ich mir so, ja das sind so große Unterteller oder Unterteller, Untersteller für so Balkonpflanzen gekauft. Und da lege ich ein bisschen Anzuchterde drauf und lege dann da meine Gerstenkörnchen drauf oder Weizenkörner drauf, die Angekeimten. Und dann wächst es da schön raus. Und dann hast du irgendwann da wirklich so ein schönes, pralles Gras stehen. Und das kannst du dann im Prinzip selber schneiden und dann in den Safter geben und kriegst du da deinen Weizengras-Schutz drauf. Das ist natürlich sehr zeitintensiv, muss man auch dazu sagen. Da ist es natürlich einfacher in den Supermarkt zu gehen und sich da was zu holen. Dann hast du natürlich nicht die Nährstoffe mehr drin, wie wenn du es jetzt zum Beispiel selber machst. Alternativ Wildkräuter aus dem Wald, genial. Also da hast du auch unfassbar viel drin. Jetzt haben wir ein bisschen, wie wir es ziehen. Aber eine Frage noch zur Presse. Also was empfiehlst du denn da? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, jetzt diesen Safter wirklich rauszukretschen. Genau, genau. Also du hast da eine große Range an den Saftern. Dein Markt ist da relativ groß. Das fängt an im Prinzip für Einsteiger, die es vielleicht nochmal probieren wollen, ob es was für sie ist. Mit so einer Handkurbel gibt es auch. Das sind dann so Handpressen oder Saft-Handpressen. Keine Ahnung, wir haben da so eine Handkurbel. Günstig, sag ich mal. Genau, genau das ist das Einsteigermodell. 30 Euro gibt es die, glaube ich, schon irgendwo bei Amazon oder irgendwo findest du die da für 30 Euro schon. Dann gibt es noch die Zentrifugen-Entsafter. Das sind, die kriegst du dann schon so ab, 50 Euro, vielleicht sogar billiger schon und gehen dann bis 100, 150 Euro irgendwo. Das sind ganz schnell, die drehen ganz schnell. Hat ein bisschen den Nachteil, dass du eben ein paar Vitalstoffe durch diese Geschwindigkeit und durch diese bisschen Hitze entstehen noch dabei. Verlierst halt ein paar Vitalstoffe dabei. Da Vorteile, das geht sehr schnell und der Entsafter ist nicht so teuer in der Anschaffung. Und dann geht es eigentlich schon so ein bisschen ins Profilevel. Da kommt dieses Low-Juicer. Das sind diese langsam drehenden Entsafter. Die haben dann so eine große Walze drin und drehen sich ganz, ganz langsam. Und da kannst du dann, ja, ohne großen Vitalstoffverlust, dadurch, dass es sich so langsam dreht und alles da schön durchgereicht wird, kannst du da deine Säfte ziehen. Mehr als nur Gras reintun. Ja, 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 ja. Also du kannst alles. Außen, da kann man ja alles reinschmeißen. So ist es. Ach ja, und ein Nachteil nochmal bei diesem Zentrifugfugalen Entsafter ist, dass du Gräser, ist schwierig bei denen. Weil die so faserreich sind. Also umso faserreicher, umso schwieriger. Also diese kleinen Mixer haben da ein bisschen Schwierigkeiten. Die Slow-Juicer, die können alles. Und da gibt es dann, gibt es aber auch nochmal unterschiedliche Kategorien. Du kannst zum Beispiel mit so einem Omega-Juicer, das ist mein persönlicher Lieblings-Entsafter. Da kannst du... Omega-Juicer 8, 2, 2, 6, glaube ich, heißt der. Ja, genau, da gibt es verschiedene Modelle. Ja, verlinken wir gerne hier unten runter. Ja, genau, genau. Den kriegst du dann schon so ab 200, 300, 400 Euro sowas. Also das ist schon, aber das ist dann schon so... Sehr schnell sauber zu machen. Ja. Unglaublich Power und sehr, sehr häufig. Ja, absolut. Der ist auch noch super. Und dann gibt es natürlich aber auch noch High-End. Das ist dann sowas wie der Angel-Juicer. Der kostet dann aber über 1.000 Euro. Das ist dann wirklich was für die vollen Profis. Ja, was für die Großküche dann. Ja, und genau. Und die auch jeden Tag wirklich dann auch ihre Säfte machen wollen und so weiter. Ja, das ist ein super Gerät, aber man muss sich natürlich auch über 1.000 Euro für den Sachver. Das ist natürlich schon auf dem Ort, ne? Ja, genau. Also das ist so die Range, ne? Und das ist sehr große. Für Einsteiger, für Profis, alles dabei. Müssen wir einfach gucken. Macht immer Sinn, so vielleicht mal wirklich klein anzufangen und mal zu gucken, was bei Ihnen ist mit der Handpress. Und dann sagt, ja, macht mir Spaß. Und jetzt war es ein bisschen nervig. Dann kann man sich überlegen, ob sich vielleicht so ein Omega-Juice hat oder sowas holt. Genau, genau. Das ist ein schöner Kompromiss eigentlich. Ja, genau. Das ist auch, wie gesagt, das Gerät, das wir bei uns haben. Ja, das habe ich auch, ja. Ja. Ich würde sagen, so der Vitamix unter den Entsachtern. Genau, genau, ja. So ist es. Ja, jetzt für alle, die, die vielleicht schon mal so einen grünen Saft jetzt probiert haben, die vielleicht gerade so denken, ja, da ist ja alles gut und schön, aber schmecken gut, ja scheußlich. Bei grüner Smoothie, da hast du ja den Vorteil, du hast die Gefrüchte mit drin, ne? Und die überdecken ja den Geschmack genau aus dem Grund von dem grünen, weil der Pflanzensaft so hoch konzentriert, also zieht es einem schon mal die Fußnägel hoch, ja? Also das ist jetzt spannend. Dann wäre jetzt meine Frage an dich, wie machst du es, damit es eben besser schmeckt? Ja, also wer schon mal puren Löwenzahnssaft getrunken hat, der weiß, wovon du sprichst. Da zieht es dir wirklich die Fußnägel hoch. Das ist definitiv so und du kannst im Prinzip bei den Saften den gleichen Trick wie bei den Smoothies anwenden. Also du kannst mit zum Beispiel ein paar Äpfeln noch, also du machst einfach die Kombination, du machst die grünen Sachen und nimmst einfach auch noch einen Obstanteil dazu. Also das können Äpfel sein, Zitrone macht ein schönes Zitronenaroma, überdeckt auch ganz, ganz viel. Ja klar, also sowas wie Bananen, da ist nicht viel Saft drin, das kannst du jetzt nicht entsaften, aber alles, was wasserreich ist, wo viel Wasser drin ist. Äpfel sind genial und Zitronen sind super, das macht so einen guten Geschmack. Auch super sind Karotten, die haben auch so eine leichte Süße noch. Wichtig dabei ist aber auch, und da muss man noch mehr aufpassen als bei den Smoothies tatsächlich, du hast beim Entsachten, wir hatten ja davon gesprochen, dass wir Nährstoffessenzen haben. Und die Gefahr in Anführungszeichen besteht dabei, dass man abdriftet in nur noch Fruchtsäfte oder ein sehr hoher Anteil an Fruchtsäften. Und du hast halt ruckzuck mal 5, 6, 7, 8, 9, 10 Äpfel in Saft. Hast jetzt nicht Unmengen an Saft daraus, aber du musst halt überlegen, du hast die ganze Fructose daraus. Und dadurch ist es halt nicht so viel, das ist dann ein, zwei Gläser vielleicht, das trinkt man halt schnell weg, aber du musst überlegen, du hast halt die Fructose aus 10 Äpfeln rausgekunden quasi. Und das ist natürlich dann wieder aus gesundheitstechnischer Sicht, muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Fruchtanteil drin hat, weil die Gefahr halt besteht dadurch, dass du die Raststoffe nicht dabei hast, trinkst du schnell weg, merkst du gar nicht und hast aber dann eben ganz schön viel Zucker eigentlich im System, was jetzt auch nicht ganz so optimal ist. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ja, also da und auch versuchen hinzugehen. Klar, wenn man anfängt, kann man natürlich da noch den Fruchtanteil höher haben, aber auch versuchen, wie bei den Smoothies, gleiches Spiel, den Fruchtanteil immer ein bisschen zu senken. Ja, cool. Jetzt gibt es natürlich noch ein Problem bei den grünen Säften, das ist die kurze Haltbarkeit, denn die oxidieren ja äußerst schnell. Im Gegensatz zu diesem grünen Smoothie, den ich ja theoretisch auch wirklich mal zwei, drei Tage im Hüllschrank stehen lassen kann. Schmeckt mir zwar nicht mehr nach zwei, drei Tagen, aber man kann es mal für einen Tag auch mitnehmen. Das geht ja bei grünen Saft überhaupt nicht. Den muss man ja wirklich sehr schnell trinken, weil sonst oxidiert er und man sieht das auch so. Das setzt sich sofort ab. Und jetzt ist also die Frage, wenn ich jetzt also berufstätig bin und ich jetzt keine Lust habe, mir das jeden Tag zu machen oder vielleicht auch mitzunehmen, dann wird es irgendwie schwierig. Was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, da kommen wir dann ins Spiel. Da kommen wir dann ins Spiel. Ich habe mir da auch ganz, ganz viele Gedanken drüber gemacht, weil ich auch überlegt habe, wie kriegen wir denn dieses Chlorophyll irgendwie in den Alltag integriert. Die meisten haben einfach Jobfamilie, wollen auch noch so ein bisschen Freizeit haben. Da hast du vielleicht nicht immer die Zeit dazu, dein Weizengras anzubauen oder in den Wald zu gehen, die Brennnesseln zu holen. Das ist einfach so. Da muss man wirklich sein. Du musst dir das Regal irgendwo hinsetzen und wenn du es selber ziehen willst, was ja gut ist, aber da musst du ständig gießen, gucken. Genau. Ja, genau. Stimme ist auch so eine große Sache, ja. Also das ist super und ich bin auch Freund davon, frisch immer mit einzubeziehen, aber ich sage halt auch, also ich persönlich mittlerweile nehme auch ganz viel getrocknet. Also es kommt natürlich massiv auf die Qualität drauf an, was man hat und so weiter. Wir haben dafür extra verschiedene Mischungen konzipiert. Das geht von quasi so einer Art Smoothie-Mischungen, wo dann eben auch die ganzen Ballaststoffe mit drin sind. Das sind dann so grüne Pulvermischungen. Da kannst du eigentlich auch Jobfamilie rausziehen. Oder du kannst tatsächlich, haben wir es jetzt geschafft, dass wir jetzt Säfte getrocknet haben. Dann verschiedene Saftpulver. 100 Prozent, ohne irgendwelche Zusätze oder sonstiges. Und das hat halt eben den Vorteil, es geht schnell, du kannst es auf Reisen mitnehmen. Du kannst, ja, das ist einfach, es oxidiert nicht. Also klar, es oxidiert, man muss schon auch mit dem Saftpulver ein bisschen aufpassen, aber du kannst es halt überall mitnehmen. Du musst es nicht frisch machen, in dem Sinne, du musst dich nicht darum kümmern. Das hat halt schon seinen Vorteil. Es geht schnell, es ist leicht in den Alltag zu entwickeln. Ja, also okay, also Wildpflanzen sind auf jeden Fall, also das, was wir auch sehr häufig machen, wir haben einen großen Garten, wir holen immer viel und das hast du ja auch selber gesagt, das ist echt so das Nonplusultra. Also Wildpflanzen mit reintun, da ist frischer Gräser genauso, ist Nonplusultra. Dann gibt es den nächsten Schritt, wenn ich eben keinen Garten habe, dann baue ich es mir an. Und gerade die, die sagen, das ist keine Option für mich, weil keine Zeit, kein Garten, keine Lust, was auch immer. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, eben über Pulver zu arbeiten. So, jetzt hast du schon von Saft gesprochen. Jetzt müssen wir diesen Schritt mal langsam aufbröseln, weil das, was die meisten kennen, ist ja nicht irgendwie ein Saftpulver, sondern was die meisten kennen, ist ja einfach nur ein Graspulver. Das ist so das, was normalerweise geht. Das heißt, das Gras wird getrocknet und pulverisiert. Korrekt. So, und wenn ich jetzt das mit Wasser wieder aufgieße, dann habe ich jetzt so eine Art von grünen Schott und ganz ehrlich, mir schmeckt das Zeug überhaupt nicht. Es bröselt, es krümmelt rundherum. Es ist für mich immer so ein komischer Ersatz gewesen, wo ich gesagt habe, ja, aber es ist eigentlich keine Option. Ja. Und dann bin ich aber durch glückliche Zufälle auch aufmerksam geworden, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Genau. Nämlich das Gras-Saftpulver. Und am besten erklärst du uns das jetzt mal ganz genau, was das genau ist und was da der Vorteil ist. Genau, genau. Du hast im Prinzip den getrockneten, also wir verwenden da Zutaten, also sprich Gräser, die auf Vulkanboden angebaut werden. Das hat den Vorteil, dass der Boden so mineralienreich ist und da Elemente drin sind, die du sonst schwierig nur kriegst. Dadurch sind die Gräser so vitalstoffreich. Die werden dann geerntet, werden in einem gigantisch großen Entsafter, also das hat auch nichts mehr mit dem Ancient Shoes oder sonstigem zu tun. Das ist ein riesen Entsafter, entsaftet und direkt danach Vakuum getrocknet. Dabei wird das Wasser entzogen. Alles bei 31 Grad wird das Wasser entzogen. Und danach hast du übrig den reinen Saftpulver. Und das wird dann abgefüllt. Das sieht dann so aus. Ich habe es hier immer als, das gibt es als Gras-Saft, das gibt es als grüner Saft. Das ist dann so eine Mischung von grünem Gemüse. Und das ist dann eben so eine Art Pulver. Oder was heißt A-Pulver, das ist ein Pulver. Und das kannst du dir dann mit Wasser anrühren und hast dann quasi deinen frischen Gras-Saft. Und das wesentliche Punkt, den müssen wir jetzt mal noch ausarbeiten. Wenn ich jetzt mal, ich sage jetzt mal, wir sagen jetzt mal, 10 Gramm von dem Gras-Pulver und 10 Gramm vom Gras-Saft-Pulver. Oder sagen wir mal 1 Kilo, wie man es am besten vergleicht, keine Ahnung. Was ist denn da jetzt der große Unterschied? Ja, der große Unterschied ist natürlich, dass du halt in dem Gras-Saft-Pulver im Vergleich zu, also sagen wir jetzt mal Weizen-Gras-Saft-Pulver. Die Methode, die du gerade beschrieben hast. Also großes Gerät wird alles entzogen und da kommt Pulver raus. Also 1 Kilo Gras, sag ich mal, getrocknet und geschreddert. Und das ist das andere. Wo ist der Unterschied zwischen den Gras-Saft-Pulver? Du hast die Essenz davon und das heißt, du hast eine Ratio von 1 zu 33. Sprich, du brauchst für 1 Kilo von dem Gras-Saft-Pulver, brauchst du 33 Kilogramm frische Gräser. Und das ist der große, große... Bei dem normalen, was ich bis jetzt immer nur kannte, dieses Gras-Pulver brauche ich dann? 1 zu 33, das ist die Ratio. Genau, also das heißt, ich brauche einmal 1 Kilo, wenn ich also was kaufe, ja. Genau. Da drüber habe ich also 1 Kilo Gras in dem normalen, was ich bis jetzt immer kannte. Ja, und bei dem anderen habe ich plötzlich den Faktor 33 da drin. Korrekt. Und wenn ich mir die vergleiche, es ist intensiv grün. Also ich benutze das bei mir zu Hause selber, das Gras-Saft-Pulver von dir. Deshalb bin ich auch so begeistert davon. Und dann haben wir auch dieses Interview zustande, ja. Also total begeistert davon. Es ist also wirklich richtig intensiv grün. Man braucht nur ganz wenig. Und es ist wirklich, wirklich Welten liegen dazwischen, zwischen solchen Standard-Gras-Pulvern, zwischen Gras-Saft-Pulver, ja. Absolut. Absolut Welten, ja. Also du musst dir vorstellen, wenn du quasi 1 Teelöffel von diesem Saft-Pulver nimmst, musst du 3,30 Teelöffel von einem Gersten-Gras-Pulver nimmst, um den gleichen Effekt zu erzielen, was den Vitalstoffgehalt angeht. Dadurch, dass es ein Gras-Saft-Pulver ist, ist es ja auch viel einfacher, den Körper die ganzen Nährstoffe aufzunehmen, weil das andere ist ja plötzlich, muss ja noch verdaut werden. Das ist ja, das sind ja sozusagen... Das muss ausgelöst werden. Das hängt ja noch an den Ballaststoffen dran, die Vitalstoffe, da müssen erst ausgelöst werden. Das ist ja auch, bis er verloren hat. Ja, so, und das heißt, ich kann so morgen so ein kleines Löffelchen nehmen, etwa direkt den Mund oder die Zunge tun, ja, durch die Zunge geht es ja sehr schnell ins Blut, oder ich tue es mal halt in ein Glas rein. Und das Schöne ist auch, geschmacklich ist das ja wirklich ein Traum. Ja, absolut. Das ist echt richtig, richtig lecker. Ja, absolut, absolut. Es schmeckt viel weicher, runder. Du hast auch keine... Also wenn du es in so einem Shaker-Becher oder in einem Mixer empfehle ich nicht so gerne, dass man es sich mixt, aber in so einem Shaker-Becher, wenn man es dann kurz schüttelt, dann hast du auch keine Brocken oder nichts mehr drin. Das löst sich ja komplett auf. Ich meine, es ist ja Saftpulver, das wird ja mit Wasser angereichert. Ich sage dir, wie ich es mache, weil ich es nämlich immer lästig finde, das musst du nachher wieder sauber machen. Ich nehme einfach ein Glas, mache das Pulver unten rein und ein ganz bisschen Wasser, ein ganz bisschen, und dann mit dem Löffel das verteilen. Ah, guter Trick. Wenn das dann passiert ist, dann fülle ich es erst mit Wasser auf und dann habe ich mir diese mit dem Mixer gespart. Klasse, ist auch ein guter Trick, ja. Ja, so funktioniert es ganz einfach. Ja, super, super. Dann fülle ich natürlich immer einen Holzlöffel, kein Metall. Sehr schön, ja. Das ist auf dem Rande, ja. Ich finde das wirklich großartig, dieses Gras-Saft-Pulver, weil es eben wirklich so Faktor 33 und eigentlich noch viel mehr Inhaltsstoffe mir zur Verfügung stellt und den Körper ganz einfach möglich für das ist, aufzunehmen. Genau. Jetzt haben wir mal einen kleinen Exkurs gemacht, was jetzt ein Gras-Saft-Pulver ist. Das wollen wir uns mal rausstellen. Ja. Und damit haben wir auch im Prinzip die Frage beantwortet, was mache ich denn jetzt, wenn ich das täglich einwenden möchte, meine Ernährung, wenn ich unterwegs bin, das kann ich hier überall hinnehmen. Ich brauche nur ein bisschen Wasser und ein Glas. Fertig. Also es ist also, genau. Smoothie to go, es ist jetzt hier also Gras-Saft-to-go letztlich, ja. Genau, richtig, ja. Ist auch total praktisch im Urlaub, wenn du im Urlaub ein bisschen Grün mitnehmen willst. Ja, genau. So, und jetzt hast du darüber gesprochen natürlich auch, was eure Säfte oder eure Gräser da auch so besonders macht, weil ihr eine besondere Böden habt. Gibt es da noch irgendwas ergänzend zu erwähnen? Ja, also grundsätzlich bei all unseren Produkten, die wir herstellen, achten wir halt immer auf die absolute Premium-Qualität. Das ist mit Abstand das Wichtigste für uns. Das fängt daran an, dass wir nur mit Glas arbeiten. Also alle unsere Produkte sind in Glas oder gut, Tees haben wir auch in unserem braunen Kraftpapier, aber nahezu alle Produkte haben wir in braunen Glas, auch in Gras-Saft, weil wir eben sagen, Premium-Rohstoffe verdienen auch Premium-Verpackung und Raunenglas schützt einfach auch noch den Saft am besten. Das ist einfach so für Lichteinstrahlung und allem. Deswegen, das ist so der Vorteil. Und bei dem Gras-Saft nochmal speziell, ist halt der Riesenvorteil, dass der eben, ich habe es schon kurz erwähnt vorhin, auf diesem Vulkanboden angebaut wird. Diese Böden, das kriegst du so jetzt aus der Erde, aus dem Supermarkt nicht raus, was da drin steckt, an Potenz und Kraft. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Farm, wo es angebaut wird, die liegt auch weit, weit weg von jeglicher Zivilisation. Also wir haben auch keine umweltliche Luftverschmutzung und so weiter. Das ist echt eine geniale Sache und wir kennen die Farmer persönlich. Also wir sind, die machen das in Herzblut. Die machen 24 Stunden am Tag nichts anderes, als sich da um die zu kümmern. Sie verstehen ja fast so gut wie kein anderer und da kommt dann halt so eine gigantisch gute Qualität auch raus. Also dieser ganze Verbund, dadurch, dass es dann auch nach der Ernte direkt entsaftet wird, innerhalb von Sekunden Vakuum getrocknet, das schmeckst du raus. Du hast das ja selber gesagt. Du schmeckst es am Geschmack, du siehst es an der Farbe, Geruch, du fühlst es, wenn du es getrunken hast. Wie ist das mit dem Nährstoffverlust? Also wenn ich etwas Frisches habe, kontra, ja, also Gras, Saftpulver, wie viel geht dabei verloren? Also wenn du es frisch machst und gleich trinkst, kommt natürlich wiederum auch auf den Entsafter drauf an. Ja, okay. Sorry. Auch ein bisschen Grassaft. Also kommt auf den Grassaft, kommt auf den Entsafter drauf an, welchen du hast. Wenn du so ein Zentrifugal hast, da geht natürlich schon viel verloren, weil dann auch durch die Oxidation und so weiter viel passiert. Wenn du so ein Slow-Schoose hast, geht es nicht so viel verloren. Weil bei unserem Grassaftpulver geht, um ehrlich zu sein, fast gar nichts verloren, weil es direkt entsaftet wird nach der Ernte und auch gleich Vakuum getrocknet. Und danach wird es luftig verschlossen und das war es. Also das ist dadurch konserviert und du hast quasi keine Lust. Das ist das Schöne dabei. Okay. Ja, also das klingt erstmal sehr, sehr spannend. Für mich ist es mal interessant, ein bisschen Eindecke zu kriegen. Also in Entstehung wird das alles gemacht, hergestellt, worauf wird geachtet. Ja, und die Frage, was an Nährstoffen verloren wird, ist natürlich auch noch wichtig. Ja, also ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für Einblicke in das Thema Chlorophyll. Es ist, wie gesagt, ein wichtiges Thema und wir sollten einfach darauf achten, dass wir wirklich täglich Chlorophyll zu uns nehmen. Es gibt verschiedene Ausstattigkeiten. Es gibt die Wildpflanzen da draußen, es gibt die grünen Smoothies, es gibt Algen, worüber gesprochen, es gibt die grünen Säfte. Wie wir sie jetzt herstellen, wissen wir auch. Und welche Möglichkeit wir haben, wenn wir sagen, wir wollen uns jetzt die Arbeit sparen, die bietet ihr hier. Und da sage ich ganz herzliches Dankeschön für. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, uns ein kleines Schlusswort mit auf den Weg zu geben und natürlich auch vielleicht noch einen Tipp, wo wir denn für alle die, die mehr von dir erfahren wollen, die Informationen bekommen, wo es denn die Säfte gibt. Ja, also mein Tipp ist, bringt mehr Chlorophyll in euer Leben, weil das ist einfach wirklich ein Powerstoff. Und da will man auch irgendwann nicht mehr darauf verzichten, wenn man den mal zugeklärt hat in einer gewissen Form. Deswegen bringt einfach mehr davon in euer Leben. Wenn ihr mehr von unseren Gras-Säften oder grünen Säften wissen wollt, könnt ihr die auf lebenskraftpur.de finden. Ich glaube, der Andreas, der verlinkt die auch unten in der Box. lebenskraftpur.de Genau, lebenskraftpur.de und die Links sind in der Videobeschreibung. Und da kann man dann auch unsere ganzen Produkte finden, neben den Gras-Säften haben wir natürlich auch noch andere grüne Mischungen. Wir haben noch Nahrungsergänzungen. Eine ganze Palette naturhellkündlicher Mittel. Prima. Ja, lieber Fabian, dann nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass du hier zur Verfügung standen hast und mit zur Aufklärung in Sachen Chlorophyll und gesunder Lebensweise mit Beiträgst. Dankeschön für deine wirklich gute Arbeit. Ich bin ja, wie gesagt, selber Fan von euren Produkten. Und ja, die grüne Geheimform für deine Gesundheit haben wir soweit ein bisschen mehr beleuchtet, nämlich das Chlorophyll. Und ja, von daher wünsche ich dir alles Gute weiter für eure Arbeit. Und hoffe, dass möglichst viele Menschen davon erfahren, natürlich das auch nutzen können für sich. Und ja, die entsprechende Gesundheit wünsche ich natürlich auch allen. In diesem Sinne, Dankeschön nochmal. Dankeschön fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Gebt gerne einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal oder abonniert den Newsletter. Ich freue mich auf das nächste Mal. Euer Andreas von Grün und Gesund. Bis bald. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.